Das Klima spielt weiter verrückt. Es wird noch kälter. Die Kälte kann aber auch gemütlich sein. Viele Berliner schienen im Kreis und wärmen ihre Hände an den brennenden Autos. Es ist so kalt, Thomas Gottschalk zittert vor Kälte und nicht vor den Quoten. Es wird hier richtige Kleidung empfohlen. Zum Karneval gibt es Kondome mit Frostschutzgeschmack. Morgen geht's weiter.